Aber Sie dürfen noch nicht vergessen, im Süden der USA, wo die Neger ja furchtbar behandelt wurden und auch heute noch nicht wirklich gleichberechtigt behandelt werden, da sagte ein Priester, Gott hat sich was dabei gedacht, als er weiße und schwarze schuf. Nicht, damit sie gleich behandelt werden. Das ist so eine Unverschämtheit. Das kann man eigentlich überhaupt nicht entnehmen. Das ist aber ungrüßlich. Aber dieser Missbrauch, verstehen Sie? Herr Gysi, Sie benutzen das Wort sozusagen jetzt im historischen Kontext, das Sie gerade ausgesprochen haben. Ich will es nur noch mal sagen. Interessant ist... Naja, das gibt es ja schon lange. Nee, ich weiß. Aber der Vorteil, man muss sie nicht katronisch sein. Das war nur gerade ein interessanter Moment. Sie haben gerade das sogenannte N-Wort benutzt. Und ich unterstelle Ihnen... Ich habe nur von Schwarzen gesprochen. Nee, haben Sie nicht. Aber es ist ein interessanter Punkt. Er hat das gesagt. Genau, deswegen habe ich das gerade noch mal richtiggestellt. Und es ist interessant, was jetzt passieren würde, wenn wir das jetzt nicht klarziehen, was würde dann jetzt passieren? Es ist klar, dass man dieses Wort nicht mehr sagen darf. Und ich glaube, wenn wir wieder... Aber was würde dann als nächstes passieren? Und was hat das mit dem verlorengegangenen Christentum, mit Werten, die wir mal geteilt haben, möglicherweise zu tun? Kann ich nicht als Plikater beantworten. Aber wenn wir es kurz sagen, ist, Herr Gysi würde angegriffen, dass er dieses Wort benutzt hat. Heftig angegriffen. Es wird Leute geben, die den Eindruck haben, das ist aber auch ungerecht, dass Herr Gysi deswegen angegriffen werden. Und die werden dann noch heftiger gegen diejenigen sein, die das Wort verbieten. Das heißt, wir eskalieren permanent für den eigenen Stammtisch, wie ich das immer nenne, dass man sich besonders heldenhaft findet, wenn man jetzt Herrn Gysi wegen der Benutzung des Wortes angreift. Und die anderen fühlen sich heldenhaft, wenn sie das wiederum angreifen. Das ist ein Problem. Was ich gemacht habe, ist ein Zitat. Und das war damals eben üblich. ... ... ... ...